Wie starten Sie Ihren Helikopter? Herkömmliche GPUs werden oft dafür eingesetzt, aber sie haben ein Problem, denn sie sind sehr schwer. Deshalb gibt es den neuen Startstick. Einfach an den Helikopter anstecken und losfliegen. Mit einem Gesamtgewicht von unter 5 kg und einer Leistungsfähigkeit von bis zu 1350 Ampere startet unser Startstick beinahe jedes Helikopter-Triebwerk. Aufgrund des leichten Gewichtes kann und wird der Startstick auch im Luftfahrzeug mitgeführt und ist somit genau dort verfügbar, wo Sie ihn brauchen. Mit dem Startstick starten Sie die Drehbörge bis zu 4 Mal. Selbstverständlich hat unser Startstick die UNDOT-Zulassung, was bedeutet, dass dieser im Luftfahrzeug transportiert werden kann. Sie können die Sticks gerne für einen Test ausleihen. Stick, Start and Fly Besuchen Sie uns unter www.start-stick.eu www.start-stick.eu www.start-stick.eu